Herzlich Willkommen zurück beim Filmemann. Passend gekleidet zum Sieg, zum Einzug in die Finale. Und noch etwas anderes ist an diesem Wochenende passiert. Ich hab mir Snow White and the Huntsman angeschaut. Snow White and the Huntsman 1937 hat Walt Disney den ersten Zeichentrick in Spielfilmlänge ins Kino gebracht. Schneewittchen und die sieben Zwerge. War ein mega Erfolg. Im Laufe der Zeit haben mehrere verschiedene Firmen versucht, diesen Erfolg zu duplizieren. Mit verschiedenen Ansätzen auf das Märchen um die Prinzessin mit schwarzem Haar, blutrotem Mund und weißer Haut. Die ein oder anderen waren mehr oder minder erfolgreich, wiederum andere floppten ziemlich. Und jetzt haben wir 2012 und... Das erste, was wir uns antun mussten, war Mirror Mirror oder Spieglein Spieglein mit Julia Roberts. Eine Art komediantische Version der Schneewittchen-Geschichte, die feucht war. Da kann man echt nichts sagen, die war einfach nur gottenschlecht. Und jetzt kommt ein völlig neuer Regisseur, der mit seinem Regie-Debüt Snow White and the Huntsman verkörpert hat. In Snow White and the Huntsman folgen wir Christian Stewart und Chris Hemsworth durch den dunklen Wald auf der Flucht vor der Königin-Hexe, gespielt von Charlize Theron. Über die Story muss ich ja wohl nicht sehr viel sagen, denn wenn irgendjemand nicht weiß, worum es in Schneewittchen geht... What? Aber was bei Snow White and the Huntsman anders ist, ist, ähm, als bei den meisten Adaptionen des Märchens, es geht hier wirklich um einen Krieg zwischen zwei Völkern, Burgen, whatever. Okay, fangen wir also an zu erklären. Der Film beginnt mit einem Prolog, was ich übrigens sehr cool finde, denn da wird die Hintergrundgeschichte von der Hexe, sprich Königin erzählt. Da ist sie noch nicht Königin, da ist sie nur so eine dahergelaufene, wunderschöne Frau, in die sich der König verliebt, aber sie ist böse und sticht den König in der Hochzeitsnacht ab und ist jetzt die alleinige Herrscherin über das Königreis. Dann hat sie einen Spiegel, einen Spiegel und über den Spiegel muss ich ja nicht sehr viel sagen, der wird aufgehängt. Sie hat neben dem Machtanspruch noch ein anderes großes Problem, sie will unbedingt die schönste im ganzen Land sein, the fairest of them all, und der Spiegel sagt, ah, sie sind wunderschön Königin Hexe, Tuss, aber es gibt eine, die euch dann noch im Weg steht, nämlich die Tochter des ermordeten Königs. Und hier kommen wir schon zu einem Problem des Films. Ich meine, ich verstehe es ja, dass man einen Titel hat, der besonders cool auf Englisch klingt und der wahrscheinlich nicht so cool auf Deutsch klingt. Schneewittchen und der Jäger. Das ist Bullshit. Aber weil sie den Film Snow White and the Huntsman genannt haben, auch auf Deutsch, müssen sie natürlich, um die Charakterebenen gleich zu behalten, die Namen gleich behalten. Also heißt Schneewittchen Snow White in diesem Film. Was ein bisschen affig klingt, aber wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Huntsman her. Ja, es ist wirklich so, der Jäger, der wird im Gegensatz zum Original, wo auch nur der Jäger ist, wird er the Huntsman genannt. Also da gibt es dann die erste Sequenz, wo das sozusagen aufkommt, wo dann die Königin sagt, du beugst dich meinem Willen, Huntsman! Und das klingt einfach wie der Name Hans. Das ist unfassbar blöd. Schneewittchen erfährt, dass die Königin sie umbringen muss, um Unsterblichkeit zu erlangen. Und flieht. Sie flieht in den dunklen Wald. Und weil keiner der Schergen der Königin alleine in den dunklen Wald gehen will, weil der ist dunkel, sendet die Königin den Huntsman, nennen wir ihn einfach Jäger oder Eric, weil er heißt Eric, der Name wird aber nie erwähnt, sendet ihn aus in den Wald, um Schneewittchen wieder ins Schloss zu bringen, damit die Königin sie töten kann. Aber in dem Augenblick, wo er auf Schneewittchen trifft, beginnt die Moral und jetzt zweifelt so ein bisschen dran und dann tun sie sich halt zusammen und mittlerweile ist Schneewittchen der Gedanke gekommen, dass sie zu der anderen Burg muss. Sie will einen Gegenschlag gegen die Königin machen. Da ist der Huntsman sehr angetan und hat gesagt, oh, da, da, mach mal mit. Wo sind da die Zwerge, fragt ihr? Ja, die Zwerge, die kommen noch. Aber sie sind nicht so wie in dem Originalen. Nein, das sind jetzt so kleine Räuber, die so durch den Wald reisende Menschen überfallen, ausrauben und nötigenfalls erschlagen. Wollen sie auch mit Schneewittchen und dem Jäger machen, bis dem einen Zwerg auffällt, oh, sie hat das Blut des Königs in dir, wir dürfen sie nicht töten. Und dann in dem Augenblick tun sie sich halt noch mit den Zwergen zusammen. Nachdem der Apfelsketch passiert ist, bringen sie Schneewittchen in die andere Burg, wo sie dann natürlich erweckt wird. Ist so, Schneewittchen halt. Und dann beginnt der Feldzug gegen die Königin und es endet in einem furiosen Blambo, Shabams in dem Schloss von ihr. Jetzt zu den Sachen, die mir gefallen haben und die mir nicht gefallen haben. First of all, die Schauspieler Kristen Stewart macht wieder ihr mimikloses Gedöns. Sie redet wenig in dem Film, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber wenn sie mal redet, dann immer so, als ist sie ein totales Wrack. Ich bewege meinen Mund kaum. Das ist merkwürdig. Aber das passt in diesem Film sehr gut, weil hey, wer ungefähr 15 Jahre in einem Kerker eingeschlossen ist und mitbekommen hat, wie der eigene Vater erdolcht wird. Der ist ein bisschen damaged. Dann haben wir Chris Hemsworth als den Jäger. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus Thor. Und er macht eine super Arbeit. Er bringt zumal den Humor mit. Und er ist einfach eine sehr gute Leinwandpräsenz. Vor allen Dingen, er kennt sich halt aus im Dunkelnwald und so. Und das ist eigentlich ganz super. Das gefällt mir. Charlize Theron als Königin ist super klasse. Die ist verrückt. Die fängt an zu schreien. Die ist unberechenbar. Es gibt eine Sequenz, wo so zwei Bauern bei ihr vorgeladen werden in ihrem Thronsaal. Und der eine versucht sie halt zu töten. Und dann, das kann sie natürlich vereiteln, weil sie halt die Königin ist und eine Hexe. Und dann packt sie so ihn an der Brust und saugt im Endeffekt seine Lebensenergie aus. Und das macht sie halt so... Das ist klasse. Das zeigt so ihr, dass sie ist böse und sie mag das. Dann haben wir die Zwerge. Die werden angeführt von Ian McShane, der Blackbeard gespielt hat in Pirates of the Caribbean 4. Er macht hier im Endeffekt das Übliche, was er sonst immer macht. Die anderen Zwerge sind so... Dann kommen wir mal zur Handlung an sich. Ich meine, ich finde es toll mit dem Prolog und wie sich die Story aufbaut. Aber der Film hat unglaubliche Längen, die man spürt, die richtig wehtun, weil sie irgendwie ab und zu an der Action und am Horror und am Gruselfaktor sparen. Ich meine, sie haben diesen Wald, der erinnert einen an Pans Labyrinth oder an Fangorn. Da passiert jede Menge verrückte Scheiße, allerdings viel zu wenig. Die hätten es viel mehr ausschlachten sollen. Und stattdessen haben sie diese langen Gespräche oder im Stillschweigen durch das Unterholz stromern, was am Anfang noch recht gut ist, weil es die Stimmung setzt. Aber dann wird es irgendwann ziemlich nervig. Die Kameraarbeit und die Atmosphäre hat mir sehr gefallen. Der Deschiseur spielt sehr safe. Er nimmt Elemente aus der Herr der Ringe Trilogie, Pans Labyrinth, Prinzessin Mononoke. Funktioniert auch, aber man merkt halt immer wieder... That's the other movie, dude. Eines muss ich noch sagen, also das fällt auch unter Spoiler Alert. Einer der Zwerge wird getötet. Und dann gibt es eine Beerdigungssequenz mit einem Song. Und der Song soll wohl sehr an dieses Daheimverblast, die Welt rückt nah, aus die Rücke des Königs herankommen. Bloß er klingt so ultra affig. Fickt euch so hart. Nur mal so eine Zeile irgendwie so... Ja, die Nacht ist... Und da kommt der Schmerz. Ich verarsche euch nicht. Es geht echt so Schmerz. Furchtbar grauenvoll. So was kann man einem Publikum nicht antun. Jetzt kommen wir zum Fazit. Also, die Story würde ich mal sagen, zwei von drei. Sie haben es echt gut gemacht. Allerdings diese... Baaah, was ist so lange... Die Technik. Der Film ist gut gemacht. Man merkt allerdings oft an den Längen und an den überflüssigen Szenen, dass da doch ein bisschen wenig mitgedacht wurde. Also zwei von drei. Das Bild ist klasse. Drei von drei. Was man vom Ton nicht so sagen kann. Die Musik ist oft ziemlich gut. Es hat dieses Hans-Zimmerische... Das ist von James Newton Howard, der auch mit Hans Zimmer immer die Dark Knight Soundtracks macht. Aber ab und zu ist die Musik so ein bisschen... Und das ist ein bisschen zu happy für mich. Und dann ist der Song noch dabei. Am Schluss haben wir dann noch den Cast. Ich meine, sie spielen das schon recht gut. Sie haben halt alle so ein bisschen ihre Macken. Deswegen da auch zwei von drei. Also kommen wir zu... Elf von 15 Punkten. Also ne Zwei. Okay, das war meine Kritik zu Snow White and the Huntsman. Lass mich deine Gedanken wissen. Schreibe sie unten in die Kommentarbox rein. Und wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann bleibt doch einfach am Ball. Ich würde mich sehr freuen. Und mal schauen, was ich mir demnächst anschaue. Ich bin noch nicht so ganz im Klaren, was ich tun werde. Aber ihr dürft gespannt sein. Und lasst erst wieder los, wenn ihr seine Seele seht. Ich bin noch nicht so ganz im Klaren. 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 Vielen Dank.